Was treiben Sie denn da? Ma'am, äh, ich bin Bernard Garrett. Ich renoviere nur einige der leerstehenden Apartments. Zu welchen Zeiten arbeiten Sie? Die Stadt sagt, dass alle baulichen Maßnahmen zwischen 8 und 18 Uhr erfolgen müssen. Falls Sie also eine Reparatur brauchen... Ich brauche keine Reparatur. Und sagen Sie dem Schafzüchter, dem die Bude hier gehört, wenn er an eine Mieterhöhung denkt. Das kann er getrost vergessen. Ja, Ma'am, das hat mir Mr. Barker deutlich gesagt, als er mir das Gebäude verkaufte. Kommen Sie mir hier ja nicht frisch, Bürschchen. Das ist ein Haus für Weiße. Sie dürfen das Gebäude nicht besitzen.